Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne's Celebrity. Heute mit dem wahrscheinlich aktuell wichtigsten Video für die nächsten Tage und auch für die Zukunft, was jeder, der aktiv in Throne's Celebrity ist, gesehen haben muss. Deswegen teilt das Video sehr gerne mit all euren Gildenmitgliedern, mit allen euren Kollegen, mit allen euren Discord-Freunden, die Throne's Celebrity spielen und hier aktiv spielen und dieses Event mitmachen wollen. Und ich sage euch, ihr wollt all das Event mitmachen auf den verschiedenen Servern. Worum geht es überhaupt? Es geht um den Castle Siege. Der letzte Castle Siege war vor dem Early Access, ein, zwei Tage vorher. Da konnten wir alle noch gar nicht dran teilnehmen. Aber diesen Sonntag um 16 Uhr beginnt der erste Castle Siege, natürlich deutscher Zeit, für uns. Und da sollte wirklich jeder dran teilnehmen. Ich denke, die großen Clans, die, die, die Burg, worum es gleich geht, besetzen, wissen wir uns sowieso schon. Aber alle anderen müssen eigentlich hier mitmachen und mit am Start sein. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Was ist ein Castle Siege? Was wirst ihr machen? Wie könnt ihr was verdienen und was bringt euch das Ganze eigentlich? Das ist eigentlich das Erste, was ich euch sagen und zeigen will. Wieso solltet ihr hier überhaupt mitmachen? Ihr könnt alle mal einfach auf eurem Server die Karte aufrufen, hier unten zu Burg Felswacht navigieren und dann hier unten auf dieses Bild gehen. Da seht ihr gerade die besetzende Gilde. Das ist bei uns Tempest. Ich kenne die Gilde nicht, aber die Gilde Tempest besetzt gerade die Burg Felswacht. Und seht ihr dort eingetriebene Steuern. 54 Milliarden Gold und 2 Millionen Lucent. Und das kann man verdienen. 40% ungefähr kann man davon verdienen. Man kriegt natürlich nicht alles, aber man kann einen richtig, richtig guten Batzen davon verdienen. Und wie das erkläre und zeige ich euch heute. Übrigens auch an meine Gildenmitglieder oder alle, die noch eine Gilde suchen. Aber jetzt im ersten Blick erstmal an meine Gilde, Lose Liberty. Ich hoffe, dass ihr auch alle das Video gesehen habt. Weil ich werde hier auch ein bisschen so meine Idee, meine Strategie hier preisgeben. Und zwar werden wir alle um 16 Uhr hier starten in dem Gebiet. Das Ding hier wird komplett voll sein mit dem kompletten Server. Deswegen stellt eure Einstellung auf jeden Fall auf Low ein, damit ihr keine Diashow habt. Das habe ich auch gemacht. Bei der Grafik hier unten auf jeden Fall Spielercharakterzahl dann auf Niedrig stellen. Und Leistung priorisieren. Das sollte euch ein wenig helfen, damit ihr hier keine Diashow habt und keine 2 FPS. Das Ganze startet um 16 Uhr. Und dann gibt es eine 15 Minuten Planungsphase. In der Planungsphase können die Defender, die dann in der Burg sind, die werden dort reingeportet, verschiedene Tore zumachen, Schalter aktivieren. Aber um die Defender geht es heute nicht. Heute geht es um die Attacker. Weil die Attacker sind 90% von euch, wenn nicht sogar noch mehr. Und die Defender wissen sowieso schon, was zu tun ist und haben da ihre eigenen Guides und Helpers und so. Heute geht es um die Attacker. Um uns, die diese Burg angreifen wollen und ein wenig von den Steuern abhaben wollen. Ja, wir starten hier alle um 16 Uhr. Und dann gibt es 15 Minuten Planung. In dieser Planung, wie gesagt, können die Defender ein bisschen was machen. Wir können uns ein bisschen sammeln. Und dann geht es los. Dann seht ihr hier außen schon 4 solcher Pillar. Die sind ganz explizit für uns und die sollten wir uns auch sofort erobern. Da ist einer, da hinten ist einer und da hinten kommt noch einer. Und ich würde sagen, unsere Gilde und auch gerne alle, die das Video sehen, wir sollten uns alle konzentrieren auf ein Ding. Und nicht wild umhergehen, weil alleine kommt ihr nicht weit. Ihr müsst örtlich schauen, dass ihr bei der Masse dabei seid. Und da würde ich vorschlagen, wir gehen über die rechte Flanke, holen uns hier diesen Posten. Dort werdet ihr wiederbelebt. Dort könnt ihr Golems erschaffen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und von hier aus können wir Attacken. Und dann würde ich auch tatsächlich die rechte Seite bevorzugen. Egal ob wir jetzt durch eine Wand gehen oder durch den Haupteingang. Auf jeden Fall die rechte Seite. Weil auf der rechten Seite, direkt am Anfang, hinter der ersten Mauer, gibt es einen ganz, ganz wichtigen. Einen extrem wichtigen strategischen Punkt. Und ich gehe davon aus, dass der auch am meisten bewacht wird am Anfang. Und zwar gibt es hier einen Pillage Point. Ja, so einen wichtigen Punkt, den wir erobern müssen. Diesen hier. Wenn wir den erobern, können wir innerhalb dieser 45 Minuten, alle 5 Minuten, Soland und Lucent klauen. Ohne dass wir das Event gewinnen. Also egal ob wir es schaffen, das ganze Event und den Thron zu erobern. Wie das geht, erkläre ich euch gleich. Können wir hier es schaffen, Lucent und Soland zu stehlen. Für die Gilde. Das heißt, jeder ist immer mit der Gilde zusammen. Und wir können hier Lucent und Soland stehlen. Alle 5 Minuten. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich würde dann sogar sagen, wenn man den hier erstmal gefestigt hat, würde ich sagen, dass ein großer Batzen der Gilde erstmal hier bleibt. 20 Leute, 10 Leute, 15 Leute. Das muss man nachschauen. Ich kann überhaupt gar nicht einschätzen, wie viele Gegner hier dann sein werden. Gegner sind maximal 4 Gilden, die sich zusammentun. Das sind dann 280 Leute. Die Attacker sind aber 700, 800, 900 Leute, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen kann man hier auf jeden Fall eine Überzahl schaffen. Und es schaffen, hier diesen Punkt auf jeden Fall zu bauen. Das ist das Wichtigste, was ich sagen würde. Als allererstes, natürlich die 4, die werden wir alle erobern. Das ist gar kein Problem. Aber dass wir, unsere Gilde und alle, die das Video gucken, uns auf diese rechte Seite hier fokussieren. Die rechte Flanke hier öffnen. Und dann hier diesen Punkt uns vorknöpfen. Als allererstes, um Lucent und Soland stehlen zu können. Und ich sag euch ganz ehrlich, danach wird es knifflig. Weil die Hauptaufgabe ist es, in den Thronraum zu kommen, zu diesem Thron und den zu erobern. Das können jeweils immer nur Gilden Lieder. Das heißt zum Beispiel, ich kann dort mit meiner Gilde hingehen und dann diesen Thron erobern. Ich gehe mal eben zu dem Thron, damit ihr seht, wie weit dieser Weg ist. Sagen wir mal, wir haben das da erobert. Das ist kein Wiederbelebungsstein. Der Wiederbelebungsstein ist genau auf der anderen Seite. Das heißt, sollte man hier vorne irgendwo sterben, dann wird man nicht dort wiederbelebt. Wenn man den nicht hat, wird man ja draußen wiederbelebt. Das muss man also im Kopf haben. Deswegen würde ich sagen, rechte Flanke hier den Wiederbelebungsstein auch mitnehmen, damit man hier wiederbelebt wird. Aber wir gehen einfach mal weiter und schauen mal, wie weit der Weg ist. Weil der Weg ist wirklich sehr weit. Es gibt nämlich nochmal eine Mauer, die man entweder mit einem Golem passieren muss, indem man sie kaputt macht. Oder man nimmt halt den Haupteingang. Und jetzt seht ihr hier schon, hier wird es schon ein bisschen vermauschelt, wie man überhaupt hier hinkommt. Man sollte sich echt mal die Burg vorher einmal anschauen, damit man weiß, über welche Teile kann man drüber springen und wo nicht. Wo sind die Enderhaken und wo macht es Sinn, langzulaufen. Sagen wir mal, wir wären hier. Und dann kommt die aber von hier aus nicht da hoch. Aber man sieht, da vorne ist ein Enderhaken. Also die Idee wäre, wir bleiben rechts, springen hier runter und gehen hier mit dem Enderhaken in die Mitte, wenn die Burgmauer da noch nicht gefallen ist, rein in den Thronsaal, in den Innenbereich. Und hier wird es dann richtig knifflig, weil hier wird eine richtige Wand an Gegnern sein. Da muss man wirklich mit vielen Leuten sein. Mal eben gucken, was hier oben ist. Ob man vielleicht von hier oben auch rein kann, kann man. Vielleicht würde ich sogar sagen, wir gehen weiter über die rechte Flanke rein und bleiben wirklich auf der rechten Seite dann in den Thronsaal rein. Insgesamt hat man dafür 45 Minuten Zeit. Wir kommen dann hier rein, nicht durch die Mitte, sondern über rechts. Und dann ist der Thron gar nicht mehr so weit. Wenn wir erstmal drin sind, dann haben wir glaube ich einen guten... Also wenn wir es bis hierhin geschafft haben, glaube ich, kann man es gut schaffen. Weil dann muss der Gildenlieder an den Thron, den Thron aktivieren und dann verwandelt der Gildenlieder sich in einen Ritter. Und dieser Ritter ist, je nachdem wie viele Gildenmitglieder um ihn herum sind, stärker. Und dieser Ritter, der Gildenlieder, muss dann drei Minuten lang überleben. Wenn er das geschafft hat, dann geht es in die Overtime und dann haben die Defender noch einmal die Chance, diesen Thron zurückzuerobern und selber drei Minuten den Ritter zu beschützen. Aber der erste Knackpunkt, der erste Meilenstein ist wirklich, einen Gildenlieder hier hinzubringen. Das heißt, der Gildenlieder muss überleben. Das wäre sogar tatsächlich am besten ein Tank meiner Meinung nach. Muss hier hinkommen, den Thron aktivieren, sich hier hinkauern und versuchen, drei Minuten zu überleben, während seine ganze Gilde ihn beschützt. Erinnert euch, 280 Gegner in Masse maximal gegen dann eventuell, selbst wenn die ganze Gilde da ist, 70 Leute. Da müssen dann also auch wirklich fremde Leute mit dabei sein. Ich denke, das ist ein Ding, was wirklich sehr schwer sein kann, weil die Defender wirklich, ja, die haben einen Vorteil, sage ich euch ganz ehrlich, weil die sich, das sind einfach Gilden, die sind abgesprochen, die sind auf PvP ausgelegt, die sind wirklich on point. Stellt euch so ein bisschen den Film 300 vor, die 300 Spartiaten, die irgendwie gegen eine Million Gegner kämpfen. Da so in etwa wird es sein, auch wenn wir übermacht sind mit den Mengen an Leuten. Aber es wird nicht einfach, hier reinzukommen. Deswegen würde ich wirklich sagen, ist der erste, die erste Idee oder die erste Prämisse, auf jeden Fall zu versuchen, nicht mit leeren Händen aus diesem Castle Siege rauszugehen und sich diesen einen Punkt dort hinten zu sichern. Wenn man diesen Wiederbelebungspunkt hat und den Pillage Point hier hat, dann kann man immer noch überlegen, ob man nochmal Vorstoß wagt. Aber ich würde sagen, das sind die zwei wichtigsten strategischsten Punkte. Wenn man die Mauer hier sofort kaputt kriegt, dann ist man hier sofort. Selbst wenn man den Wiederbelebungspunkt da nicht hat, können hier die ganzen Massen reinkommen. Deswegen auch die Golems, die sehr gut aufgeteilt sein sollten. Da sollte man nicht einfach irgendwelche nehmen, sondern man sollte immer schauen, welche sind schon da und welcher fehlt gerade. Insgesamt gibt es nämlich viele verschiedene Golems. Ich werde euch das einfach mal hier einzeichnen. Die sind auch nicht teuer. Unsere Gilde vor allen Dingen hat genug Ressourcen, um so viele Golems wie möglich zu beschwören. Und das Beschwören geht immer an diesen Außenposten, die wir hier erobern. Wie gesagt, wir sollten am besten hier die vier nehmen. Und von hier aus können wir dann auch die Golems starten. Die Golems können nur Berater und Wächter aus einer Gilde rufen. Das bedeutet bei uns sieben Leute, fünf Wächter, zwei Berater. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass diese sieben Leute auf jeden Fall bei dem Siege mitmachen. Und das von so vielen Clans wie möglich. Um so viele Golems wie möglich auf dem Feld zu haben, um die Mauern kaputt zu bekommen. Und natürlich um Leute zu transportieren, den meisten Damage zu machen und so weiter und so fort. Noch eine wichtige Information. Der Gigantenritt, der startet auch um 16 Uhr. Bedeutet, ihr könntet theoretisch auch mit dem Wal von oben in die Burg reinfliegen. Ich denke, das werden die wenigsten machen. Aber das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Es gibt auch zwei Kanalisationen. Eine habe ich euch eben gezeigt. Dort kann man auch mit dem Dagger durch Tore durch. Ein Eingang ist auf der linken Seite der Burg. Dort kommt man nur rein, wenn man einen Dagger hat und die richtige Attacke dazu. Mit der Fähigkeit Schattenstreich könnt ihr nämlich durch diese Gitter durchgehen. Ups, sorry. Und kommt dann direkt durch und seid dann quasi direkt in der Burg drin. Relativ weit vorne. Aber ja, es wird sehr doll bewacht werden. Deswegen wäre das auf jeden Fall nicht der Punkt, in den ich reingehen möchte. Vor allen Dingen nicht links. Ich wäre ja eher für rechts. Das gleiche hat man dann nochmal an einer anderen Position, wo es meiner Meinung nach tatsächlich noch ein bisschen mehr Sinn macht. Und zwar hier unten im Wasser. Da kann ich mir schon eher vorstellen, dass man hier vielleicht durch das Gitter durchkommt. Das wäre einmal auf der rechten Seite, auf meiner bevorzugten Seite. Und dann wäre man schon sehr, sehr, sehr nah am Thronraum. Und man muss die Attacke auch nur einmal zünden, was auch super wichtig ist. Und dann ist man auch direkt hier drin. Und würde den Haupteingang hier quasi umgehen. Wäre also auf jeden Fall eine Idee, wenn wir viele Leute mit Deckers haben, die dann hier durchkommen. Oder wenn man als Leader eine Abkürzung haben möchte, um dann schnell in den Thronraum reinzukommen. Man könnte natürlich auch hier hochkommen und direkt drehen und hier hoch. Das wäre wahrscheinlich auch eine Idee, um dann in den Thronraum reinzukommen. Aber so weit muss man dann erstmal kommen. Ganz, ganz, ganz wichtige Vorbereitung ist, dass ihr in eurer Gildenbasis hier zum Gildenwarenhändler geht. Und euch den Golem kauft, den ihr im Castle Siege nutzen wollt. Jeder Golem kann an verschiedenen Punkten genutzt werden. In unserem Fall, was ich eben gesagt habe, an Punkt 4. An Nummer 4 ist der Sprung-Golem. Der ist darauf spezialisiert, wirklich auch Gegner anzugreifen. Den Rest lese ich einmal ab. An Siege 2 gibt es den Gatehammer-Golem. Ja, sorgt einfach dafür, die Mauern kaputt zu machen. An Siege Ruin 2 zusätzlich der Battle-Carrier. Der kann Leute tragen. Ich zeige euch einfach mal Bilder, dann seht ihr das am besten. Und dann gibt es noch an dem Dritten den Stone-Crasher, also auch, um die Mauer kaputt zu machen. Deswegen ganz wichtig, holt euch da in der Gildenbasis die verschiedenen Golems, je nachdem, welche eure Gilde einsetzen möchte. Ich habe jetzt einfach mal von allen 5 Stück geholt. Eventuell hole ich da auch nochmal ein paar mehr, die sind nicht allzu teuer. Aber dass ihr auf jeden Fall genug habt, um die dann im Kampf einsetzen zu können. Gerade für die erste Reihe ist das super wichtig. Und dann die ersten beiden wichtigen Punkte hier zu besetzen, um nicht mit leeren Händen rauszugehen. Weil das wäre für mich eigentlich das Schlimmste, dass man eine Stunde lang hier kämpft wie sonst was. Und dann kriegt man leider nichts raus. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man hier diese beiden Punkte meiner Meinung nach besetzt. Ich hoffe echt, ich habe nichts vergessen und die ganzen Attacker, so wie ich, sind jetzt im Stande, diese Castle einzunehmen. Das Ganze, wie gesagt, am Sonntag um 16 Uhr, 15 Minuten Vorbereitung Zeit, 45 Minuten Attack Zeit, bis zum Thron, über die rechte Flanke. Bereitet euch vor mit eurer Gilde. Wenn ihr eine relativ aktive Gilde habt, egal auf welchem Server ihr seid, dann macht da mit. Ich bin ja auf dem Server Geist, das heißt, seid alle sehr herzlich willkommen, meine Geist-Kollegen. Und lasst hier dieses Schloss einnehmen oder zumindest mal ein bisschen Lucent und ein bisschen Solant rauszuholen. Wer würde sich nicht über 1000, 2000 Lucent für eine Stunde Arbeit freuen? Ich glaube, die allermeisten deswegen. Ich werde hier auf jeden Fall mit meiner Gilde versuchen, das Maximum rauszuholen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr nichts zu Strong and Celebrity verpassen wollt, würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf das Video. Und sage zum nächsten Mal, Leute, haut rein.